Habe ich den mal gefragt, ey Digga, warum hast du denn dein Dynamit mit dir hingeworfen? Auf dich? Vor allem, der muss ja gesehen haben, der ist ja gut. Ja, na gut, am Anfang, als ich, das haben sie jetzt auch nochmal verbessert praktisch so dem blauen Rand, dass ich, dass man sieht, dass das jetzt der Partner ist. Am Anfang war das irgendwie schwer zu erkennen und da ist es mir auch schon passiert, dass ich meinen Partner erschossen habe, da gab es auch diesen, diesen halbierten Schaden oder so nicht. Ach stimmt, den gibt es ja auch nicht so. Da hat sich erstmal eine Spritze gegönnt. Ja, die Gegengiftspritze. Achso, hält die so lange, ja? Ja, 60 Minuten. Achso, krass. Das ganze Spiel. Gibt es da auch Kleine und Große? Die Große hält 3600 Sekunden. Okay. Weil wir jetzt hier die Inweise sammeln, ist es direkt für die Bestimmung. Ja. Oh Mann. Mann, das blöde Vieh. Oh. Soll ich einen dicken weglocken? Ja. 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 Oder könntest du einen Fett das wieder in den Spielen schmeißen? Oh, er kommt. Er kommt. Oh, der Fett hat was ausgelöst. Ui, hier, ich mach Tor auf, komm hier rein. Er zieht sich selbst an. Ne, komm raus. Achso. Achtung, Hintertür. Ah, komm. Oh. Er hat sich selbst an. Zündet. Oh. 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 Da vorne rein, da vorne ist sie. Er hat eine Armbrust oder so. Ich hab ihn. Cool. Da war er wohl allein? Ja. Ach ne, der hat einen Blümfühl. Da geht nicht. Aha. Ja. Das kam erst mal vor. Ich bin mal hier oben. Ich muss mal den Hinweis. Ach, das ist ein Verlust. Ach, shit. Da steppt einer rum. Ich glaub, da sind noch andere. Ich hab grad eine Halsbombe geklösen. Ja. Oh ja, wir sind grad becherne vorbeigelaufen. Weiß schlipp. Ah, fuck. Was mach ich denn? Rettet deine Seele. Rettet deine Seele. Ey, fuck man. Mach keinen Mist. Ich kann grad nicht rüber. Ich kann grad nicht rüber. Warum müssen denn hier ausgerechnet so viele Grunts sein? Nein. Jetzt kommen wir auch noch hin. Oh. Oh. Ja, die sind durch die Falle getippt. Einer ist tot irgendwie. Ja. Ja. Ich sehe nichts, weil hier dieser blöde Zaun davor ist. Soll ich die mal ärgern? Mhm. Ich schmeiß ne Kettenbombe, äh, ne Staffeldrahtbombe aufs Bounty. Dann könnte ich's nicht aufnehmen. Ja. Ich bin unten drin. So einer steppt oben oben. Ich glaub der andere ist hier unten. Ich hab einen. Ich hab den anderen. Okay. Ich glaub der steppt noch einen oben. Oh. Ja. Ach, du weißt das grad. Da lag ja, der eine hat den anderen aufgehoben. Ja. Aber die haben auch... ... irgendjemand eine Brandbombe geworfen. Aha. Ja. Es kann sein, dass hier noch welche drin sind, oder? Ja, hier liegt einer nach. Oder liest du grad nach? Nee, nee. Ich hab den gelootet. Dann ist hier noch jemand, ja. Okay. Da ist noch jemand. Da hinten. Der hat Fächer. Warte. Okay, ich hab... Ui. Okay. Puh. Und da ist auch vier Leute. Die... Ah, die... Siehste... Die haben sich anscheinend wieder ausgeholt. Okay. Hast du hier Medikit irgendwo gesehen? Ja, hier müsste ja wo eins sein. Wenn nicht, nehm ich erst mal von mir. Ich jag mir mal eine Spritze rein. Hier hinten gibt's nochmal nichts mehr. Okay. Nein. Ich will mein Säpe. Es hat sich endlich mal belohnt, mal wieder eine Springfield und eine Spritze mitzunehmen. Ja. Ja. Im Häuserkampf ist das echt nice. Hier mit einem... Beide Mühle. Mhm. Wir werden ja schon eine Medipack finden unterwegs. Ja. Und ich hoffe mal, dass jetzt keine Jäger hier sind. Weil hier sind Water Dead X. Oh, der Boss ist hier. Ja. Das ist auch. Der Eisler. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das war's nicht. Alles andere. Der ist ja das nicht. Die ist sogar der Weg. Sieh! das ist die scheißspinne irgendwie sitzen sie immer noch dort bei meiner leiche laufen jetzt laufen von dem witzaktor hat diese gute ekel hast du ihn gesehen? Mist, ich habe nur noch eine Sekunde. Oh, der Fetzer hat mich jetzt lustig. Oh, das scheint mir, als wären es die beiden letzten Jäger hier. Ja. Oh. 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 Was ist das? Oh, er hat einen Krant auf dem Hals Ach, es war ein Krant Das wäre es jetzt gewesen Was ist das? 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 Oh, der ist jetzt oben. Sehr schnell. Oh nein! Sein Scheißpartner saß da oben. Hey, wir haben sogar Sex gegen dich getötet. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020